Oh mein Gott, es wird so schön für euch, ne? Als nächstes kommen wir zum Portalgießen. Jeder kennt die Situation, wenn es mal schnell gehen soll. Wir wollen ein Portal an einem wunderschönen Lavasee gießen. Was wir dafür brauchen, sind ein paar Blöcke, nicht viele, die du einfach schnell abbauen kannst. Und als allererstes setzt du den Wasser einmal ganz kurz an die Lava ran, damit du eine einzelne Obsidianfläche hast. Daraufhin platzierst du an der Seite, wo fortlaufend auch noch Lava sich befindet, einen Block ran und platzierst an dessen Seite noch einmal den Wasserblock. Baust den daraufhin ab und somit hast du fast schon die ersten vier Blöcke für dein Portal. Jetzt musst du noch die Steine abbauen, im besten Fall mit einer Splitzhacke. Lässt dabei, lässt da, lässt da, lässt dabei das Wasser hier an dieser Obsidianseite dran, damit du mit dem Eimer direkt die untere Plattform des Portals bauen kannst. Dann musst du eine Konstruktion aus Blöcken an dieses Portal ran bauen. Das kannst du an einer x-beliebigen Ecke des Portals machen. Ich nehme jetzt einfach mal diese hier. Und zwar baust du genau das hier. Das ist für mich ein auf dem Kopf stehendes L. Drei Blöcke hoch, ein Block noch zusätzlich in deine Richtung gebaut. Dann zwei Blöcke an der Seite, sodass du diese Konstruktion hast. Und jeder kennt es, wenn ich normalerweise jetzt Wasser an diesen Block placen würde, würde dieser ganze Lavasee zugekippt werden und du hättest keine Lava mehr, um das Portal zu machen. Deswegen gibt es einen simplen Trick, für den ich noch mehr Blöcke brauche. Und zwar machst du ein Auffangbecken, worin das Wasser am Ende abfließen kann. Normalerweise könntest du alternativ auch den ganzen Lava-Bereich abstecken, aber das geht wesentlich schneller, was ich dir jetzt hier zeige. Daraufhin platzierst du den Wasser einmal nun einfach hier oben an dieser Ecke. Und es ist der falsche. Es ist der falsche Block. Es ist der falsche Block. Ich hab... Das ist aber heute auch ein Krampf. Ach, es ist schön, dass ich das on-stream mache. Wenn ich jetzt Wasser an diese Ecke hier platzieren würde, würde der ganze Lavasee überflutet werden und du hättest keine La... Und du hättest kein Obsidian mehr, um... Ne. Dass du nämlich jetzt hier platzierst. Normalerweise würde alles zugekippt werden. Das ergibt keinen Sinn. Also das ergibt Real Talk grad keinen Sinn. Achte einfach da drauf, dass keine Lavablöcke hinter deiner Konstruktion sind, um sicher zu gehen, dass das Wasser in Ruhe so fließen. Wenn jetzt hier ein Lavablock ist, würde das Auffangbecken nicht funktionieren und das Wasser fließt auf den Lavasee. Okay, es ist kein vollständiger Lavablock. Das ist fließende Lava. Oh mein Gott, ich dachte, ich dreh durch. Ich dachte, ich dreh durch. Wenn sich um das Umfangbecken... Ja, Umfang. Denn wenn sich im Umkreis des Umf... Ich dreh durch. Ach ja. Denn wenn sich im Umkreis vom Auf... Denn wenn sich im Umf... Ja, ey, das ist heute aber auch wirklich... Ich muss ja heute Maximalleistung hier abbringen. Wirklich der letzte Tag 2020. Muss bei mir aber auch nochmal der größte Krampf aller Zeiten werden. Das ist auch ein Stream, der aber auch wirklich für immer in Erinnerung bleiben wird. Denn wenn sich in der Nähe des Auffangbeckens Lava befindet... Werdet ihr sehen. Moment. Sucht sich das Wasser. Und das ist das Verrückte. Dann sucht sich das Wasser... Ach, Digga, warte mal. Wir machen es mal ganz kurz so. Ey, jetzt bin ich aber selber wieder komplett raus. Denn wenn sich in der Nähe des Auffangbeckens... Sich ein Lava-Block befindet... Sucht sich das Wasser immer den nächstgelegenen 7,8 Block. In dem Fall... Wir machen alles von vorne. Ich weiß jetzt ganz genau, was wir machen müssen. Baust einen Block, der zu dir gerichtet ist, aus... Hä? Ne, nochmal. Das ist... Kann nicht. Ich kann... Ich dreh durch. Findest gerade den perfekten Lavasee. Aber weiß nicht so richtig, wie du das Portal am schnellsten gießen kannst. Ich hab gießen. Jetzt fängt's an. Jetzt dreh ich durch. Jetzt hör ich Silben und Wörter, die ich gar nicht sage. Oder du baust ein Auffangbecken. Es ist der Block, oder? Bevor ich durchdrehe. Es ist egal. Solltest du vorher sicher gehen, dass sich kein Lava-Block in der Nähe des Auffangbeckens befindet, da sich die Wasser... Da sich das Wasser immer den nächstgelegenen 7,8 Block sucht und somit einfach zu dem Wasser... Äh... Zu... Zu Lava fließen würde. Wenn ich ihn nun platziere, fließt das Ganze perfekt hier drin ab und du hast eine freie Lava-Fläche. Und du hast dein perfektes Portal fertig. So. Ich will jetzt aber nochmal ganz kurz zeigen, wie das wäre. Als kleiner Zusatz, wenn sich beispielsweise einen... Wenn sich... Wenn sich beispielsweise Lava in der Nähe des Auffangbeckens befindet, würde das Wasser dorthin fließen. Ne, willst du nicht, weil es abgedeckt ist. Scheiß drauf, wir machen einfach weiter. Ich hab gar keinen Bock mehr. Wir machen jetzt weiter. Digga, scheiß mal auf das Auffangbecken und das Wasser. Ich dreh ja vollkommen durch. Bei Speedrun sieht das aber anders aus. Digga! Jukebox, danke für's. Hier nochmal eine kleine Erklärung bezüglich des Portals. Ich denke, das wird ziemlich sicher der G-Bated-Song sein. Und wenn du das gemacht hast, dann musst du mir... Mh... 100 Euro denähen. Okay, Basti. Da du's anscheinend noch nicht verstanden hast, ähm... Mach ich hier mal kurz das Video, um's dir zu erklären. Folgendes. Du kannst eigentlich ganz normal, ähm... Hier starten. Und... Machst einfach ganz normal deine Routine. Und... Machst das L. Und... Wenn du hier an diesem zweiten Block dann das Auffangbecken machst, dann können dir alle Lava-Blöcke völlig egal sein. Die einzigen zwei wichtigen Blöcke sind die beiden. Wenn da keine Lava ist, dann fließt das Wasser nicht ab. Oh. Danke. Muss ich jetzt das nochmal machen? Ich kann... Ich kann... Ich kann nichts machen gerade. Ich muss es nochmal machen können. Ich muss das scheiß Portal nochmal machen. Ich muss... Ich muss das komplette Portal nochmal neu machen. Daraufhin an der Seite des temporären Blocks. Einen Wasserimer. Baut diesen temporären Block wieder ab. Boah, nee, Leute. Ich bin ganz, ganz, ganz... Ich bin... Ich bin gebrochen. Ich bin richtig... Ich bin richtig am Arsch. Ich bin hardcore am Arsch, Leute. Ich kann nicht mehr denken. Ich kann nicht mehr reden. Nicht mehr denken. Ich bin... Vollkommen durch. Wir brauchen nicht Best of Fails, Leute. Ich dreh gleich absolut durch. So. Also. Vamos. Ich hab halt einen super krassen Drang dazu, alles perfekt zu machen. Und vor allem, gefühlt kein einzigen Fail darf es von mir irgendwo geben. So, es darf halt einfach nicht irgendeinen Fail im Stream geben. Was für jemanden irgendwie so Angst vor Hunden ist oder so, ist für mich einfach zu versagen im Stream. Ich hab euch ganz doll lieb, Leute. Ich danke euch. Und ich weiß, dass ihr es am Anfang noch lustig fandet uns, aber mittlerweile nimmt es hier Ausmaße an. Alright. Wir sind aber professionell. Glücklicherweise ist das Ganze ein nicht so komplizierter Vorgang. Dann platzierst du deinen Wassereimer ganz kurz an die Seite des Lavasees. Sammelst ihn direkt wieder auf, sodass nur ein einzelner Obsidianblock an der Seite des Lavasees sich befindet. An diesem Obsidianblock platzierst du einen seitlichen temporären Block. An die Seite des temporären Blocks platzierst du wieder deinen Wassereimer. Diesmal lässt du ihn aber stehen. Nun musst du sicher gehen, ob Obsidian unter dem Wasser sich befindet. Wenn nicht, baust du den Block ab und ersetzt ihn mit Lava. Du baust in die Ecke des Portals einen drei Blöcke hohen Turm. Richtest einen einzelnen Block in deine Richtung aus. Nimmst einen Block Abstand und platzierst zwei weitere Blöcke. Hier zwei Blöcke rein und das Wasser hier dran platzieren, sodass du ohne Probleme nun deine Lava platzieren kannst. Zwei weitere Obsidianblöcke an der Seite, zwei hier. Nun fällt dir denke ich mal auf, dass nur noch das Dach fehlt. Das platzierst du auch noch dorthin. Nimmst das Wasser wieder mit. Und dann solltest du am besten ein Feuerzeug haben oder ein Fire Charge, um das ganze Ding wieder zu entzünden. Und du kannst in den Nether gehen. Danke.